Und ja, ich hab ein paar ausprobiert. Oh, ein Enderman. Oh, oh. Alter, ein Enderman. Was macht ein Enderman da oben? Ah, ja klar. Monster, ne. Ah, nicht klar. Wir haben hier die Enderman. Ah! Oh mein Gott. Alter, ich hab mich so erschrocken. Jo, Leute. Herzlich willkommen zu neuen Folge von Let's play Minecraft. Und beim letzten Mal, boah, ich erinnere mich ja nicht mehr, weil es war so lange her. Aber jetzt geht's mal wieder los. Jo. Und bei was wollen wir mal weitermachen? Weil es gibt schon viele Sachen, die wir weitermachen können. Wir können hier, ja, hier weiterbauen beim Stall. Wir können, ja, wir können hier im Haus so Deko bauen. Oder wir können auch unter einem Berg graben und, ja, vielleicht einfach Minen. Ich weiß, das ist ja Minecraft. Ja. Ähm, schauen wir einfach mal nach. Ich glaube, wir machen jetzt einfach hier beim Stall weiter. So. Puh, hast du wieder mal lang her, aber es war noch nicht so lange her, weil das letzte Folge war, glaube ich, so vier Monate her. Also, ich, das ist echt eine lange Zeit. Ich kann auch erklären, warum das so ist. Weil derzeit habe ich mehr Stress als früher. und ich muss sich jetzt erst mal, ja, dran gewöhnen. Aber jetzt, jetzt passt es wieder und, ja, ich glaube, es wird, ja, ich glaube, es wird super laufen. Ja, ähm, ich glaube, ich hole mir noch mehr Morde. Oh, ich muss was essen. Ich muss wieder was essen. So. Dann, mal schauen, haben wir Schere. Ja, wir haben die Schere. Super. Dann holen wir uns mal ein bisschen Wolle. Oh, ich habe gerade ein Höhengeräusch gehört. Ja. Aber auch kein Wunder, weil, schon seit Anfang wissen wir das, das so unter, dass so unter unserem Haus noch so eine große Hülle ist. Ja. Ähm, ja. Und, und, ja, jetzt rede ich mal über ein Thema, über das ich vorhin noch nicht geredet habe und eigentlich schon lange da war. Aber ich habe noch nicht darüber geredet, das habe. Und zwar, warum ich, ja, seit schon Ende 2018 keine, äh, Minecraft, Livestreams auf Servern gemacht habe. Weil, für die, die jetzt so neue Zuschauer sind und noch nicht so mein 2018 Konten zugesehen haben. Ja, ähm, ich hatte es ja früher so eher so auf Minecraft-Servern Livestreams gemacht, ja. Ähm, aber irgendwann habe ich damit aufgehört. Und, ich kann jetzt auch erklären, warum. Und zwar, liegt es einfach daran, ja, an den Account selbst. Den müsst ihr euch vorstellen, ich spiele es nicht so das, echte Minecraft, wofür man, ähm, ja, was man kaufen soll. Ich spiele eher das gequirkte Minecraft. Und, ja, ich wünsche euch, wie ich jetzt auf Primonservern, mit so, ne, andere Minecraft reingehen konnte. Obwohl, eigentlich nur gequirkte Server drauf funktionieren. Ja, ich kann es erklären. Und zwar, gibt es im Prinzip halt so, Minecraft als Generator-Seiten. Und, ja, ich habe ein paar ausprobiert. Oh, ein Enderman. Oh, Alter, ein Enderman. Was macht ein Enderman da oben? Okay. Und, und, ja, also, erst funktioniert das super, doch irgendwann am Halter ging es nicht mehr. Weil dann kam beim Launch immer so ein Error, wenn ich damit anmelde. Ja, ich habe da auch andere ausprobiert, aber, darf ich meinen, hey, ich lasse es doch lieber. Ich glaube, sonst würde es mich so nicht funktionieren. Komm, Mann. Ach, wo bist du? Wo bist du Ender? Hilda. Ein bisschen mehr Tiere schlachten. Ja, ich habe noch Schafe, aber, ich muss jetzt wirklich mal Tiere züchten. Anfangen. Ah, Bild ist nur weit entfernt. Ah, ja, klar, Monzelneer. Ah, nicht klar, wir haben hier die Enderman. Oh mein Gott. Alter, ich habe mich so erschrocken. Alter. Okay, davon mache ich jetzt ein Screenshot. So, gespeichert. Kommt ins Thumbnail. Oder ne, das hier. Ja, jetzt sieht man ihn besser. Gut, dann, möchte ich ihn noch angreifen. Oder können wir jetzt schlafen, oder ist er immer noch zu nahe? Also zu nahe? Ach, mein Deutsch. Ähm. Oh. Oh. Alter, ich hasse Enderman. er macht mir so sehr Angst. Oh oh. Alter, der Enderman macht mir echt viel Angst. Ey, kein Scherz, der macht mir so am meisten Angst. Am zweit meistens der Creeper. Aber sonst, am meisten ist der Enderman. Die sind echt nicht zu unterschätzen. Braucht mir Brot. Und da haben wir Eisen. Da haben wir schon ein Eisenspurt. Ja, das ist ein Eisenspurt. So. Okay. Ich werde jetzt was essen. Okay. Ich nehme jetzt mal mein Schild. So. Ja, jetzt sehen wir die Taktik, die PvP-Taktik, die es seit 1.9 gab. und zwar statt immer nur Schwert, Schwert und mit Schwert blocken, ist es jetzt mit Schild blocken, mit Schwert schnell angreifen. Oh, schon besiegt. Und mit Axt halt, ja, manchmal angreifen, weil die Axtstärke ist, aber langsamer. Aber wir haben es geschafft. Wir haben den Enderman gekillt. Und haben wir jetzt eine Enderperle gekriegt? Boah, ich will jetzt eine Enderperle... Oh, er hat keine gedroppt. Das ist schade, weil wir brauchen echt eine Enderperle. Weil Enderperlen gehören zu den Sachen, die wir einfach... Huh, da hat sich gedacht, du wärst noch ein Enderman. Enderperlen sind jetzt so eine der Sachen, die wir brauchen, um Minecraft überhaupt durchzuspielen. Weil um das Spiel durchzuspielen, muss man zum End kommen. Ja, also es ist so der Bosskampf gegen den Enderdrachen. Und da hinzukommen, braucht man halt Ähm, Änderungen. Und für die Änderungen braucht man Ähm, so die Enderperlen und so das von den Lohen. Ja. Aber schreibt mal in die Kommentare, welchen äh, Gegner in Minecraft findet ihr am allergrößigsten oder werdet euch am meisten erschreckt, schreibt es einfach mal in die Kommentare, wie es Minecraft-Monster hier am großlängst findet. Oh, hallo, wenn das nicht die Spinne ist. Hm, ist es hier größer aus als bei uns? Ja, ich stelle mich mal mit meiner starken Angst. Bam. Wuhu. Ja. Weil für die, die jetzt, ähm, nicht viel wissen über Minecraft, ähm, früher im 1.8 Update, da konnte man noch mit einem Schwert blocken, statt mit einem Schild. Also man brauchte nur das Schwert, um zu blocken. Und, ja, damals, da war die Axt nicht stärker als das Schwert. Also damals war die Axt nutzt auch für Kämpfer, aber noch nutzt für das Bäume holen. Also Bäume fallen und halt Holz holen. Äh, oh, noch ein Enderman? Alter. Vielleicht bekomme ich dieses Mal ein Enderpferd. Wo bist du? Okay, ich werde mich so entschrecken. Ich werde mich jetzt so richtig erschrecken. Ganz scherz, der wird mich echt erschrecken. Okay. Wo bist du? Andy. Andy Enderman. Bist du jetzt weg? Und wo ist überhaupt mein Brot? Wo ist mein Brot? Ah, stimmt. Ja, ich hab's ja aufgegessen. Stimmt. Okay, dann mach ich mir noch mehr Brot. Ich hab's wieder gehört. Alter. Zwei Endermits gleichzeitig. Na, das seh' ich jetzt mal ein Rekord. Enderman sind halt so die Monster, die man seltener begegnet als die anderen. Aber auch kein Wunder, weil der war so stark und es wär wirklich unverwendet, die überall gäbe. Dann hätte man überall einfach Schiss. ich meine klar, die Küper sind auch überall nachts, aber nur nachts und in den Höhlen. Äh, bei was wollen wir noch weit machen? Ja, ich brauch auf jeden Fall noch mehr rote Wolle und dafür brauch ich roten Farbstoff, den wir aber nur in den Wäldern finden. So, wir gehen jetzt einfach mal in die Wälder rein und suchen hier mal einen roten Farbstoff und wir werden unterwegs auch ein paar Tiere töten für mal Fleisch. Danke, Huhn. Bist sehr freundliches Huhn. Tausendmal freundlicher ist das Evil Chicken als Kongs Minecraft Let's Play. Ja. So, jetzt dich. Hey, diese Augen, die kenn ich doch. Du bist Evil Chicken. So, ich hab dich gekillt. Oh, schau dir mal das Schweinchen an. Boom. Tod. Ja, easy one. Easy one. Aha, da sind schon ein paar Blumen, die roten Farbstoff geben. Ich höre Zombies. Vielleicht sind welche unter den Bäumen oder unter den Höhlen. Oder irgendwo unter Wasser. Okay, im Wasser nicht, aber in irgendeinem Wasser. Okay, dann holen wir uns mal die Blumen. Okay, die heißen Mohn. Ich hab ja die Namen der Blumen vergessen. Die sind halt nicht leicht zu merken, wenn man halt sich bei Minecraft besser auskennt als mit so Pflanzen selbst. Äh, mal schauen, ob da noch mehr sind. Blumies. Blumi, Blumi. Ah, da ist einer. Dann suchen wir noch weiter. Ja, wir passen aber auch, dass wir uns nicht verlaufen. Also hier merken wir, so, das markiere ich jetzt mal. Nicht, dass wir uns so wie letztes Mal, als wir nach, ähm, Mohn gesucht haben, verlaufen. So. Und, Bam. Penis. So. Also, mit diesem Erdpenis, okay, nehmen wir es jetzt einfach mal Erde. Ja, das wäre noch ein angemessener Name. Ja, besserer Name. Wir wollen ja nicht, dass ich Probleme habe mit YouTube. Nein, nein. Auf jeden Fall, hier merken wir, dass wir mit das hier so sehen, dann heißt das, wir müssen da lang gehen. Genau da. So, das merken wir uns. So werden wir uns nicht verlaufen. Und wir suchen einfach nach, mehr, Mond, Blumen. Cool. Leute, die, die, die ich gerade eingesammelt habe, die schwebt jetzt im Wasser. Ja, weiß ich ja, ein Bug, während des Generieren des Seeds. Es gibt ja viele Bugs. Das ist Sand schwebt, das Erde schwebt, sowas gibt es immer. Ist halt Minecraft-Logik. Oh, es gibt auch ein paar große davon. Boah. Boah. Also, ich habe euch jetzt doch nie so einen riesigen Haufen gesehen. Von dem bekommen wir das zweimal und von dem einmal. Ja, genauso wie in Erinnerung. So. Dann ziehen wir nach, wie viele das sind. So. Wir schauen so einfach nach. Oh, Schweinchen. Tod. Ja. Zu kehren ist einfach. mehr fleisch mehr fleisch wo cool das sind kuh kühe okay falls wir jetzt kühe züchten möchten dann merken wir uns dass in diesem birkenwald kühe sind das werden wir uns merken okay jetzt will ich mich aber nicht verlaufen und ich glaube da geht es wieder zurück zum erblock keine sorge werden sich verlaufen hier sieht man sowieso schon den ausgang des birkenwaldes also genau da draußen oder nee da geht er noch weiter die kennen wir so aber ich muss jetzt mal nachschauen dann jetzt ich hab mich verlaufen gott das wäre echt schade aber ich hoffe einfach wir verlaufen uns nicht ich bin sicher so geradeaus geht es wieder nach hause da bin ich mir sicher wo sonne geht unter wir sind schnell nach hause finden das dauert einfach so lang aha ein zeichen dass der birkenwald vor dort endet also wenn wir dem rand des endes folgen dann pippen wir schneller nach hause wird schon dunkel monster spawn gleich und das sind pfichtenwald wir haben uns wieder verlaufen ich bin ich voll der verlaufer ich verlaufe ich immer immer es ist einfach so einfach in minecraft sollen wir jetzt mal wirklich mal eine karte craften obwohl ich glaube hier endet es ja hier endet es ich hab hunger okay dann bauen wir uns einfach hoch so damit wir jetzt keinen schaden bekommen haben wir eh genug cobblestone für den ofen oh kein cobblestone ja dann müssen wir es wohl roh essen ja wenigstens ist es jetzt kein hühnchenwahl weil wenn jetzt rohes hühnchen ist dann ja vergifte man sich hier in minecraft was auch sinn macht bei so einer vergiftung geht es wirklich so ist nicht mal eine salmonellen vergiftung okay ich soll jetzt mal wieder schild nehmen schild 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 da ist es okay ich will mich jetzt sehr oft erstrecken bei den monstern okay ich will mich jetzt sehr oft erstrecken und skelett skelett kann mich von dort oben schießen und skelett kann mich von dort oben schießen ja ich glaube da endet es ja ich glaube ich finde schon fast den weg raus müssen aber gut aufpassen alter warum bekomme ich schnell wieder hunger das ist echt nicht normal okay vergessen wir nicht mehr den Shit können wir Pfeile blocken spinne oh solche Zombies ja solche spezialen Zombies wow ein Baby Zombie so viele Monster so viele so viele nein das ist echt nicht normal diese Babys so ein bisschen echt nervig die sind so schnell ich verstehe jetzt echt nicht warum diese Viecher nicht verbrennen können wenn dessen die Erwachsenen aber schon verbrennen macht dazu gar keinen Sinn wenn wir damit sagen dass Babys stärker sind als Erwachsene das macht jetzt echt keinen Sinn oh oh ja tschüss oh ja wieder noch nicht rausgefunden naja wenigstens können wir gegen ne Menge Zombies kämpfen so viele Monster ja ja wodurch wir auch viel von dem bekommen wenn wir zum Beispiel zum Beispiel ähm wenn wir zum Beispiel ein paar Spinnen töten dann bekommen wir Faden und können dadurch ne Angel machen wow wow hat die jetzt schon angegriffen alter deine Beine sind doch so klein oh die haben mich von hinten angegriffen diese Zombies ich hasse Baby Zombies hab ich sie schon immer gehasst like wenn ihr auch uah like wenn ihr auch Baby Zombies hast besser einen Screenshot machen damit wir wissen wo wir waren falls wir sterben so viele Monster alter alter ok machen wir die Sichtweite höher weil dann können wir mehr sehen ja dann können wir zum Beispiel sehen ob es dort ein paar Orte gibt die uns bekannt vorkommen ja aber ich glaube ich werde wirklich mal eine Karte machen verlaufen uns zu oft oh mein Gott ok dann ok dann ähm wir sehen uns jetzt gleich mal wieder wenn die Sonne wieder aufgeht also ich mach jetzt einen Cut wir sehen uns gleich wieder wenn die Sonne aufgeht so Leute ich bin wieder da und jetzt ist die Sonne wieder aufgegangen ja und obwohl großes Hühnchen ja vergiftet ähm hab ich das noch gegessen um ähm um meine Lebensanzeige aufzufüllen ja ein bisschen auffassen jetzt könnte es auch sein dass da noch ein Creeper ist oder ein Enderman also Spinnen werden da zwar auch noch aber am Tag sind Spinnen harmloser als auf Nacht weil am Tag da werden die dich nur angreifen wenn du sie erst angreifst und äh nachts da greifen die dich immer an also ja jetzt sollen wir weniger Angst vor denen haben und wir sind aber jetzt jetzt wirklich nachsehen wo es nach Hause geht wir müssen wirklich nachschauen aber ich wollte schon mal wie wir das machen wir schauen einfach am Rand das Ende von dem langen Birkenwald und da werden wir sicher ja zurückfinden ok ok ah da sind noch mehr so rote Blumen ne nämlich natürlich mit Boi jetzt hat sie nur geleckt hm ne ich glaub das war's ja das ist eigentlich diese Anstellung wie vorher hm komisch dass sie kurz geleckt hat vielleicht hat sie nur irgendetwas geladen vielleicht und wir sind jetzt schon ins Sumpfbiom alter also da gehts definitiv nicht lang ja also gehen wir jetzt einfach mal im Wald rein und dann wieder raus und schauen wir weiter nach ah das ist ja dieser Wirkenwald ja das ist dieser Wirkenwald ja aber ich glaube ich hole schon mal Cobblestone damit wir den Ofen machen können weil ich will jetzt kein hohes Fleisch messen ich will jetzt mal gekocht sitzen er wird sich halt mehr holen auf jeden Fall wenn ich zuhause bin dann will ich mal nachsehen wie ich mal eine Karte mache ähm ja das werde ich mal halt so nachsehen ähm ja das werde ich mal halt so mal schauen da 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 okay dann müssen wir wirklich sehr viel im Rand des Birkenwaldes schauen ja ja aber ich verspreche euch ich werde mir bald eine Karte machen weil dann können wir uns nicht mehr verlaufen okay ich glaube ich glaube ich mache jetzt einfach mal einen Ufen so so und dann können wir schon mal was gekocht zu essen okay ich habe jetzt zwar nur das rohe Hühnchen aber ich glaube ich würde einfach mal einfach mehr Tiere kennen aber ich möchte schon mal essen aber ich möchte mal mal Speed so so ich gebe jetzt beide mit und weiter geht's Autsch und und warte mal da sind Pferde haben wir denn nicht schon mal eh die verlaufen sind echt sie sind ja im Kreis gelogen oder ja das kenne ich doch schon Das ist so, also da gehen wir jetzt nicht weiter, hier geht es einfach wieder zurück. Ich glaube, wir sind einfach so umgedreht, wenn wir jetzt schon mal einen Ofen gemacht haben. Ja, ich glaube, das liegt daran. Okay, dann gehen wir mal wieder dahin, ja, wenn wir ein Tier sehen, dann töten wir es, dann haben wir was zum Essen. Hm, da sitzt es wie ein Sumpf, oder bin ich jetzt gerade in einem falschen Birkenwald? Oh, Bienen, cool, wir haben hier Bienen, Alter, oh, schau dich mal an, oh, er sieht süß aus. Wollen wir ihn mitnehmen? Ja, komm, wir nehmen ihn mit. Hallo, komm. Ja, Mann, der Mann füttert sich so mit Blumen. Ja, verfolgt uns, also, der kleine Kerl verfolgt uns, super, wenn wir zuhause sind, können wir ihnen auch einen Namen geben. Ich weiß jetzt zwar nicht, wofür man Bienen so benutzen kann, also ich habe zwar gehört, dass man diese züchten kann für Honig, aber wie das jetzt genau geht, weiß ich jetzt noch nicht. Aber naja, ich kann jetzt mittel nachsehen oder ihr könnt mir Tipps geben. Ach, aber jetzt, jetzt ist jetzt meine Vernehmenserzeige wirklich zu niedrig. Okay, müssen wir gut aufpassen, wenn ich dem nichts Falsch haben bekommen. Gut, jetzt tue ich mir das Schwein. Okay, wir müssen auch aufpassen, dass wir die Biene auch nicht treffen. Sonst machen wir die Biene auch aggressiv und sie greift uns an. Ja. Aber ich glaube, einen Namen für die Biene werde ich mir anders denken. Also entweder Abonnent oder einen ganz anderen Namen. Ja. Warte mal, warum sag ich das so Tropfen? Ist das so der Nektar? Was ist das, was du davon sammelt? Wo sind das Tränen? Nein, du weinst doch nicht. Wir sind doch Freunde. Du weinst doch sicher nicht. Ja. Oh, warte auf mich. Da. Da. Ja. Also ich denke mal nach, was bin ich der Biene geben werde. Oder wisst ihr, wie man überhaupt so, für was man Bienen benutzen kann? Weil, was ich weiß ist, man kann sie züchten, wie Kühe und Schafe. Also sonst meint sie apart, um so Sachen zu bekommen. Aber, aber ich weiß jetzt nicht genau, wie man das bei Bienen zu macht. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich weiß zwar, dass wenn man beide mit Blumen füttert, wenn sie sie noch paaren, aber für was man sie genau benutzen kann? Ja. Da kann ich mich noch nicht aus. Aber, ja. Trotzdem sind Bienen wirklich interessant, weil ich glaube die Gabel schon hier seit diesem 1.15 Update. Und ja, bald kommt auch noch das 1.16 Update. Hella. So viele Updates schon so schnell vergangen. Die Zeit vergeht echt schnell. Die. Das ist jetzt mal. Was wir jetzt für machen, war vier Monate her. Und damals war es noch. Damals war sicher noch 1.14. Oder doch 1.13. Nein, 1.14 war es damals. Und jetzt schon 1.15 und bald kommt schon 1.16. Also die Zeit. Die Zeit vergeht so schnell. Die Zeit Die Zeit ist einfach so Wie Sonic der Hedgehog Superschnell Okay Tja Leute, das war's mit dieser Folge von Let's Play Minecraft Ich hoffe euch hat diese Folge gefallen Wenn ihr dann lasst einen Daumen Nach oben da Und wir sehen uns zum nächsten Mal wieder Ciao Outro Outro